da wollte ich noch irgendwas drauf machen glaube ich ich weiß aber nicht mehr was ich bin scheiße ich vergessen so jetzt kommen schon Löcher im Boden das gefällt mir natürlich nicht was Wurzeln was hier ist nichts kann ich sein da ist doch was an der ich glaube das ändert scheinensworte sie schon richtig gut warum ist alles überall nichts mal tagisch oder oder warum ich habe gar nicht geguckt das hätte auch schon der Endboss sein können wo da kommt hoch und hoch ich muss aufpassen die Inhalte werden besser ich muss ja eigentlich normalen Traum zu machen wie oft ist eigentlich so sagt ich glaube nicht mehr ohne das ist schon ein bisschen glaube ich übertrieben viel oh Gott ich bin zu dumm ich bin zu dumm ich bin dumm wo ist der? wo ist der? wo ist der? wo ist der? da 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 und da oh Gott, alles rausnehmen okay okay kein Platz mehr so so jetzt sehen wir mal wie der zerfällt was ist der? wo ist der? wo ist der? wo ist der? schon kaputt lo jetzt kaputt ja so einigermaßen dann würde man sagen machen wir uns mal weiter auf die Reise da sind umgedreht und den nehmen wir natürlich auch mit und was ist das? hallo? oh niemand zu Hause okay okay da hinten ist schon ein oh ne nur da ist jemand reingegangen wo ist denn das Schiff? sag mal ach da so haben wir eigentlich leere fast leere Taschen das ist bloß die Frage wie ich da hinkomme äh ich glaube ich fliege hallo und weg du scheiß Flackenträger so ich weiß jetzt nicht ob das ne gute Idee war dass wir da mittendrin gespawren sind aber sah zumindest gut aus die Idee ja den hauen wir einfach mal runter so alle weg wenn wer ok ich muss was essen ja schießt nicht ab ist mir egal ich muss nur was essen so da oben ist wieder dieser scheiß Boss wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock zu habe. Wow, die machen ja richtig viel Schaden. Alter, uncool. Uncool. Weg mit dir. Ach, was machen die Creeper, bitteschön. Ich möchte doch keine Creeper haben hier auf dem Schiff, sagen wir mal, was geht denn hier ab? Ja, komm auf. So, weg. Es sind alle so schlecht, ey, ohne Spaß. So, ich komme es einsammeln, dumm-di-dum. Ich komme zu dir hoch. Das war ein Lederwurstung, glaube ich. Ups, das ist ein Creeper. Hallo, Creeper. So. Ach, nee, das ist mit dem ganzen Essen. Wir haben ja über... Wohler. Freunig, freunig. Kann ich gebrauchen. ein Full. Dann das Vergiftung. Bräu nicht. Äh, wo war das? Nee, hier. Das bräu nicht, das bräu nicht. Ja, gut. Das ist full. Was ist denn das? Wie... Reinforced Iron Chest. Was soll das... Was ist das immer sein soll? Oder was ist das? Ach, keine Ahnung. Buchschelfe, Leder... Und einmal, dass da... Wie das heißt. Beanstalk. Da oben ist ein Pirate. Ich muss wissen, wie viel Leben der hat. Nicht, dass es der... Boss ist. So, weg mit euch. Ich komme jetzt einfach mal von der... Direkt anderen Seite, wie ich sonst kommen würde. Oha, das ist ein He-Lo. He-Lo direkt weg. Oha. Oha. Zwei OP. Alter. Puh! Sehr uncool. Ich muss rennen, weil ich muss was essen. Und mir... Oh Gott, ist mir schlecht. Geh weg, Alter. Was sind sie jetzt hin? Alter, wie hier nixi. Mama. Zu dunkel. Creeper. Okay, wo sind die Nächsten? Da. Oha. Oh Mama. Alter. Hat der mich einfach mal blind gemacht. Schreck. Wow. Wow. Oh. Ja klar, übertreibt's nicht. Alter. Ich muss mich verarschen, wie viel kommen da bitte. Aw warm. Was, was hat sich für... Oh, ein Auf fuhr... Boah! hier ist nichts hier ist nichts da hinten dreht sich einer das stirbt jetzt